Knappe 3, Kampf 303, Paul, Kohl, Rotterstein, Fügelbohen gegen Matteo, Mannes, TSV, Falkensee. Jetzt beginnen die Kämpfe aus 1 und 2. Wir beginnen auf Matteo 1. Mit dem Kampf 304, Juli Schleber in Frankfurt Berlin gegen Felix Liebke in Weinsburg in Berlin. Mit der Matteo 1. Mit der Matteo 1. Mit der Matteo 1. Kampf 305, Jonas Eintracht, Preußen Berlin gegen Lennart, Nutschel, Irmantz, Preußen Berlin. Matteo 2, Finale und Platz 1 zu 2. Kampf 05, Jonas Eintracht, Preußen Berlin. Lennart Mütze bei der SV Preußen Berlin.